Yo, was geht's, Literally nochmal! Ich will halt hier Mike im Starbuck und heute kommt's wieder Human Fall Flat. Gestern fiel Leo «Human Fall Flat» aus, aber heute kommt's wieder, wie immer, mit dem Leben. Geh.. Brüé.. Leist! Hallee! Oh Gott, trink, Alter. Heute müssen wir bisschen Bötchen fahren. Machst du irgendwie sehr viel Spaß, muss ich sagen, oder, Bötchen fahren? Oh, da freue ich mich. Hast du ne Angel mit? Ne. Schade. Du bekommst eh nichts zu essen von mir. Aber nein, Lolli! Schnell weg! Nein! Weg! 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 Nein! Ach man! So, gib mal her, ich kann ja besser. Ja? Mach gut. Ich fang gleich runter. Du gehst rechts und ich geleg's. Okay. Und rudern! Und rudern! Nein! Wir gehen schräg. Rudern mal besser. Dann musst du wieder rudern. Ich mach das echt tief. Warte mal, überleg ich das? Ja. Nein! Wie schon überleg ich das nicht? Du gehst ja nicht wieder ab, ja? Dann geh auf die Insel, vielleicht ist das Saving. Okay. Mach ich. Okay. Du musst nicht beide rudern benutzen. Kleiner Profitipp. Warte. Einer hier rechts. Einer links. Komm her. Und links. Kommen Sie! Das schaffen Sie! Ich will auf jeden Seite wieder vorne laufen. Ja. Nein, falsche Richtung. So fährst du zurück. Ja, so herum rudert man ein. Ja, kommen Sie! Das schaffen Sie! Ja, sind schon fast da. Noch einmal. Okay, jetzt steigen Sie bitte aus. Ja. Und Schaum! Oh, Saving. Saving, ja. So, wer hat heute das Level geschafft? Der Niki! Habe ich gut gemacht, Lolli? Und wer will versuchen, ohne wen loszufahren? Der Lolli! Nein! Halt mal die Fahne so richtig schön gegen den Wind. Moment, mache ich... Gegen den Wind! Warte, ich muss hier rüber... Alter! Was machst du? Du musst das Segel halten! Schön gegen den Wind, mal schauen, wo der Wind ist. So fahren wir zurück. Wir müssen vorwärts fahren. Okay. Nein, du warst gerade schon gut. Es war gerade schon gut. Nein, wir fahren rüber. Wann? Was dauert hier? Es geht doch so, oder? Ja, stopp. Wir müssen weiter drehen. Okay, stopp. Wasser rein. Wir müssen doch hinten hinter uns. Okay, warte. Wann gib das jetzt her? Das kann nicht so sein. Problem, weil ich so fett bin. Da kommt ja schon Wasser rein. So, das geht. Noch nicht. Du musst auf falsche Insel. Wohin legst du denn? Wo müssen wir hin? So, jetzt reicht es mir echt gleich. Ah, es ist krass! Hinten, wo das Speedboot ist. Jetzt sind wir gleich wieder am Anfang. Ach so, okay, warte. Warte. Moment, dann. Ach du. Wichtig. Mann! Ja, wenn nicht schön. Ich bin stolz auf dich. Wird gleich gestrandet. Wird nicht gestrandet, du vollidiot. Hinten! 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 Du ertrinkst, hast Pech gehabt. Mann! Jetzt sind wir wieder am Anfang. Warte, ich schiebe uns ab. Ja, wo bist du? Ach, da drüben. Ach, da drüben? Wo bin ich bloß? Du musst dich jetzt eh abholen. Ich soll dich abholen mit so einer Scheißding? Tut mir leid, ich kann das nicht. Das ist irgendwie rückwärtsfall. Geht das? Mann, hol das andere Boot wieder. Da komm ich nicht hin, dann bin ich wieder tot. Wie? Mann, du hast das ganze Leben zerstört. Wie kann man bloß inkompetent lenken? Ich kann das einfach nicht. Hab ich bemerkt. Und wie hast du das... Ich komm nicht mit meinen Steuerknüppeln. Was hast du da gemacht? Diesmal werde ich lenken und du hast das verschissene Ding. Das hätte mir aber schon die ganze Zeit machen können. Du warst aber das inkompetent zum Halten. Um zu wissen, wo der Wind herkommt. Deswegen ich das mal kurz übernommen hab. Und zwar der größte Fehler meines Lebens. Okay, dann setz ich mich hin. Du musst das verschissene Segel halten. Ach so, okay hab ich vergessen. Schaffen wir das? Los, schaffen wir. Okay, los geht's. Ich mach's schon. Oh Gott. Los geht's. Dort jetzt wo das Speedboot ist. Ey, wo hält ich mich denn hier fest? Einmal erstmal im Kreis drehen. Wenn du da bist. So. Gleich, gleich, gleich können wir... Ja, machst du gut. Machst du gut. Wie weit noch? Ja, weiter, weiter, weiter. Mach ich gut? Ja, bis jetzt schon. Ja, nee, weiter. Du musst immer noch Wind haben. Du musst wieder zum Wind. So, jetzt machen wir gerade. Ja, ich hab mir... Oh Gott, Alter. Das war doch echt nicht so schwierig, oder? So. Jetzt müssen wir das Speedboot hier irgendwie ins Wasser bekommen. Ah, mein Genick. Ah, mein Brücken. Warte. Mann, wir müssen jetzt erstmal das Wasser befördern. Nein, ich verpiss dich hier. Lass mich los. Gut, da vorne ist das Steuerding. Du... Okay, gut. Ich schau zu. Ach, nein. Okay, warte. Rückwärts. Gibt's nicht. Mann, am Strand steht wieder fast auf das Boot. Mann, alles in wirklich Chaos. Verpiss dich jetzt von dem scheiß Steuerknüppel. Hock dich ganz voll auf die Spitze drauf und schäm dich. Mach ich. So, deine Aufgabe ist es, das Boot anzuschieben, ins Wasser zu bekommen, was für eine Scheiße du gebaut hast. Raus mit dir, schieb das Boot an. Warte, auf das Steuerknüppel zu blockieren. Du holst es, Mann. Man kann nicht einfach mit dir normalen spielen. Nein, das lag nicht an mir. Du hast den Scheiß blockiert, deswegen konnte ich dich da weiter machen. Das ist doch nicht wahr. Ich bin einmal vom normalen Level-Spiel. Es klappt einfach nicht mit dir. Weil das Spaß macht. Es macht Spaß, das Level zu blockieren, oder was? Ja. Da merke ich gerade. Was, Achtung. Heute ist ein Boot. Und diese Scheiße fahr diesmal ich. Oh nein. Das große fahr ich. Du, treu, warte. Du hast alle drei Boote, wo du's probiert hast, gefehlt. Das will ich nicht zulassen. Wenn's irgendwas zum Abschließen gibt, ich blockier dich so hart. Ich lass das nicht zulassen, dass du das auch noch ruinierst. Doch. Nein. Helf mir wenigstens hier rauf. Olli, ich will fahren, bitte. Ich bin drüben. Ich kann das. Du kannst das? Trauer, glaub ich dir nicht. Doch, so ne großen Boote kann ich fahren. Ne. Achtung, jetzt komm ich. Du kannst es fahren, sagst du? Ja, jetzt bin ich richtig. Okay, gut. Komm, fahr. Wo müssen wir hin? Ja, weißt du, das weißt du jetzt. Du bist der Kapitän jetzt. Viel Spaß. Verpiss mich. Nicht mehr gerade ausfahren? Ja, was weiß ich. Du bist das ja gar nicht. Ah, ja, da. Du bist mal hin. Also, das war ich schon mal hin. Was weißt du, wenn du runtersprichst, bist du am Arsch. So, was sind das hier für Hebel? Was passiert jetzt hier? Ja, ich dachte, du kannst große Boote fahren. Aber ich muss mich mal hier kurz einkriegen, so. Ich bin ja, ich bin hier wie der von der Titanic der Dolphin oben. Bin ich. Du musst auch irgendwie ans Ziel kommen, ich weiß nicht. Und wir fahren gerade eine Klippe runter. Bitte scheiß Hebeln! Eine ist für rechts, andere für links. Du fährst nein, falsch. Boah, alter. Nein, ich kann große Boote fahren. Ja, jetzt trauen wir kurz den. Nein, den, ja, den trauen wir. Ey, manchmal könnte ich mir den echt ausrasten. Ich habe selten einen so inkompetenten Ding gesehen. Der andere Hebel gleich. Ja, meinetwegen. Gefolger zum anderen Hebel. Komm schon mal ruck, äh, runter, ja? Was, wenn wir das Boot vielleicht dort einparken müssen? Schau mal auf meine Perspektive. Dann musst du vielleicht das einparken. Wofür spring ich hier ab, Alter? Sonst tue ich mir keins Weißen an. Mit so einem Typen hier zu spielen. Guck mal hier, guck mal. Wir fahren perfekt. Ja, perfekt. Wahrscheinlich, weil das Boot auch nicht hier rein muss, sondern dort drüben hin. Du parkst dieses verschisse Bootes hier ein. Was wir jetzt brauchen für den Hebel und Hielkram. Ach, das bleibt doch dort stehen. Alles gut. Du musst es hier einparken. Vielleicht müsst ihr den Container da runterheben. Alter. Sag mal. Willst du das nicht machen? Kannst du nicht mal. Du willst ein großes Boot fahren? Du machst es jetzt auch. Irgendwann reicht es mit dir. Okay, ich mach das gerne. Ey, Lolli, guck dir das an, wie ich das schaffe. Machst du es gut? Ja, und gleich rammt das alles hier kaputt. Und, oh, 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 oh. 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 Habe ich gut gemacht, oder? Wir müssen irgendwie da rüber, irgendwie da hoch. Komm. Ich bin einfach da abgeklatscht. So, wo müssen wir lang, Lolli? Ich weiß es nicht. Ich habe alles zerstört. Was machen Sie da? Lassen Sie mich jetzt los. Lassen Sie mich los. Lassen Sie mich los. Ah, du klatschst mich gegen irgendwelche Container anstatt mir zu helfen. Das ist wirklich, ja. Und sonst bin ich jetzt so ein scheiß Kopf, mit dem einfach nichts dagegen gerabbt wurde. Hä? Ich glaube, wir sind beide überfordert. Der Part dauert auch schon zu lange. Vor allem darf ich einfach sagen, dass es jetzt von der Folge war, oder? Ja. Ich bin schon so erschöpft. Ich glaube, es reicht davon. Ich glaube, 20 Minuten sind auch endlich mehr genug. Bis zum nächsten Mal. Hau rein! Euer Lieb! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein!